Guten Morgen und herzlich willkommen zur Anlassreihe über das Herz des Menschen, was die Bibel über das Herz des Menschen lehrt. Wir haben uns in den letzten Andachten ein Phänomen angeschaut, das wir in unserer Natur haben. Und das ist das Verlangen, die Fähigkeit etwas leidenschaftlich zu verlangen, zu begehren, sich nach etwas zu sehnen, auszustrecken. Und wir haben es deutlich gesehen, dass von Natur aus, in unserer verdorbenen, südlichen Natur, wird diese Fähigkeit, diese Funktion des Herzens zu einem Tier in mir. Es kann sowohl raffiniert sein, mich austricksen, es kann rücksichtslos sein, es ist auf jeden Fall beherrschend und hat immer das Ziel, mich zu töten, und zwar im vollen Sinne dieses Wortes, nicht nur körperlich, sondern auch geistlich. Nun ist es grundsätzlich verkehrt, etwas zu verlangen oder zu wünschen. Und ich habe schon in der letzten Andacht angekündigt, dass das Neuteste mal tatsächlich dieses Wort, das der Grieche dafür gebraucht, Epithymia, oder der stärkste griechische Ausdruck für Verlangen, an vier von 38 Stellen auch positiv gebraucht wird. Auch wenn es nur so einen kleinen Anteil hat, hat es doch seine Berichtigung und erlaubt die Frage, wann wird diese Fähigkeit positiv, oder wann können wir sie als positiv werten, wenn wir ihn und selbst ein brennendes Verlangen haben. Die erste Stelle, die wir uns anschauen, Lukas 22, Vers 15, spricht von diesem Verlangen bei Jesus selbst. Das macht uns schon deutlich, dass es hier um einen positiven Aspekt geht. Und zwar sagt Jesus in Lukas 22, Vers 15 zu seinen Jüngern, sie haben sich versammelt, um das Passamahl zu feiern. Das ist die Leidenswoche, in der diese Szene abspielt. Und hier spricht Jesus, mich hat herzlich verlangt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Hier verwendet Lukas eine interessante Methode. Im Griechischen merken wir, dass dieses Wort Epithymia zweimal hier gebraucht wird. Epithymia, Epithymia. Das heißt, mit Verlangen habe ich verlangt, oder mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Das ist, gebraucht man immer da, wenn man betonen will, dass es ein sehr starkes Verlangen gewesen ist. Nun stellt sich die Frage, warum hat es Jesus so herzlich verlangt, dieses Passamahl mit seinen Jüngern zu essen? War das das Lammfleisch, das sie dann gegessen haben, das so gut schmeckt? War das der Flair, der Passamahl, den das Volk Israel gewohnt worden und geschätzt hat? Ich glaube kaum, denn er bringt diesen Nachsatz, ehe ich leide. Und es wird deutlich, dass es alles im Kontext der auf ihn zukommenden Leiden stattfindet. Was kann es sein, warum es Jesus so herzlich verlangt, so starkes, warum er so ein starkes Begehren hat, dieses Passamahl mit seinen Jüngern zu feiern? Nun, Jesus stand vor dem Höhepunkt des Heilsgeschehens. Das Passamahl wurde eingeführt vor Jahrhunderten zuvor, um dem Volk deutlich zu machen, wie Gott die Menschheit erlösen wird, durch ein stellvertretendes Opfer, durch ein Lamm. Nun schickt sich Jesus an, dieses Passamahl zu werden. Es ist das letzte Passamahl, das nun gefeiert wird, vor der Verwirklichung dieses großartigen Bildes der Erlösung Gottes. Jesus hat es stark verlangt, seinen Jüngern am Beispiel Passamahl deutlich zu zeigen, was jetzt geschehen wird. Denn er sagt, Ehe, ich leide, hat mich verlangt, dieses Passamahl mit euch zu feiern. Jesus hat diese große Rettung vor Augen, für die er gekommen ist, für die er gelebt hat, für die er ans Kreuz gehen wird. Und das ist ein Verlangen, dieses Bild zur Verwirklichung zu bringen. Es geht um Gott, es geht um das Heil, es geht um die Erlösung der Menschheit. Der zweite Text, den wir finden, steht in Philippa 1, Vers 23. Das spricht Paulus davon, dass er ein starkes Verlangen hat, Philippa 1, Vers 23, zu gehen, zu sterben. Hier der Text. Denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach, und hier steckt das Wort Epidemia drin, mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Paulus sagt, mich verlangt danach, ich habe ein starkes Verlangen danach, zu sterben. War Paulus lebensmüde? Ich habe schon manchmal gehört, dass man vermutet, naja, vielleicht war die ganze Missionsarbeit, die Widerstände, die er erlebt hat, die Angriffe, die Verfolgungen, waren so schwer, dass er lieber sterben wollte. Oder warum ist Paulus hier so scharf darauf, zu sterben? Wenn ich mir den Kontext anschaue, dann spricht er davon, dass sich voll und ganz danach ausstreckt, Christus zu erkennen. Christus zu erfassen, das ist das, was sein Lebensmotor geworden ist. Alles andere lässt er hinter sich und vergisst, um sich danach auszustecken, Christus zu erfassen und zu ergreifen und zu leben. Nun, das kann man noch viel intensiver und noch viel besser, wenn man dann ganz bei ihm ist. Deswegen hat es Paulus verlangt, danach zu sterben, abzuschreiben oder aufzubrechen. Und dann sagt er, um bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Bei jedem Menschen, der wirklich an das Evangelium glaubt, an der Auferstehung glaubt und an die zukünftigen Verheißungen, die Jesus gegeben hat, wird er es gut nachvollziehen können, dass es ein heiliges Bestreben danach ist, bei Christus zu sein. Hier und jetzt möglichst viel Christus zu erfassen und sich darauf zu freuen, das noch viel mehr tun zu können, wie wir bei ihm sind. Es ist in Thessalonicher 2, Vers 17. Hier spricht Paulus wiederum von seinem starken Verlangen. Hier geht es um Menschen. Es sagt hier, wir aber, Brüder, nachdem wir für eine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Es ist in Thessalonicher 2, Vers 17. Paulus hat ein großes Verlangen, ja, in diesem großen Verlangen, in diesem Bestreben, dieser leidenschaftlichen Verlangen danach, ihr Angesicht zu sehen, bemüht sich Paulus darum, zu ihnen zu kommen. Nun, warum will Paulus so stark sie sehen? Ist es die Nostalgie des Erlebten? Wohl kaum. Natürlich ist es ein großartiges Erlebnis, mitzuerleben, wie Menschen zum Glauben kommen und gerettet werden. Doch sie wurden geboren, geistlich geboren, in Verfolgung und Paulus ist in Verfolgung und die Gemeinde wird verfolgt. Und in diesem Brief schreibt er, wie sehr er sich danach sehnt, sie zu erbauen, sie zu stärken, sie zu festigen und ihnen beizustehen, in diesem Leiden, in dem sie sind. Deswegen wollte er so gerne ihr Angesicht sehen, wollte er so gerne bei ihnen sein, um ihnen zu dienen. Das ist die Haltung, die Paulus an den Tag legt und das können wir an mehreren Stellen sehen. So ist auch die nächste Verwendung dieses Begriffes ebenso zu sehen, gleich im Licht. Paulus schreibt an Timotheus, seinen Nachfolger, über den ältesten Dienst und Kapitel 3, Vers 1, im ersten Timotheusbrief, schreibt er, Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Also wer danach verlangt, ein Ältester in der Gemeinde zu sein, ein Leiter in der Gemeinde zu sein, ein Pastor in der Gemeinde zu sein, der begehrt, und hier wird dieses Wort gebraucht, der hat ein starkes Verlangen danach, nach einer vortrefflichen Tätigkeit. Die ältere Lüther-Übersetzung übersetzt das, der begehrt ein hohes Amt. Das ist in unserem Deutsch sehr irreführend. Als ob das Begehren sich darauf bezieht, ein hohes Amt zu besitzen, zu bekleiden. Korrekter ist diese Übersetzung, er begehrt ein schönes Werk oder eine vortreffliche Tätigkeit. Es ist etwas Gutes, das du tun kannst. Und wenn es das, das Begehren eines Menschen ist, dann ist das sehr gut. Und er sagt, glaubwürdig ist das Wort. Danach zu verlangen, der Gemeinde Gottes zu dienen, den Menschen Gottes zu dienen, das ist sehr gut. Das ist begehrenswert. Bei allen diesen vier Texten merken wir, dass es nicht um den Menschen selbst geht, wenn es um das Begehren geht. Nicht um etwas genießen zu wollen, haben zu wollen oder bedeuten zu wollen, sondern es geht immer um Gott, um Gottes Anliegen, um Gottes Leidenschaft. Er ist gekommen, das Verlorene zu suchen und zu retten. Deswegen verlangt Jesus mit großem Verlangen danach, dieses Passamal zu essen, die Erlösung der Menschen zu verbringen. Deswegen verlangt es Paulus, bei Christus zu sein, weil es darum geht, ihm ähnlich zu werden und ihn zu erfassen. Deswegen verlangt es Paulus danach, die Thessalonicher zu sehen, um sie zu stärken in diesen Leiden, um darin Christus zu verherrlichen. Und das können wir im ersten Thessalonichenbrief im Kontext noch mehr sehen. Und deswegen verlangt es Paulus und deswegen ermutigt er Timotheus dazu, seinen ältesten Dienst mit Freude zu tun, mit großem Verlangen danach, diese Tätigkeit zu tun, sich um die Schaffe Gottes zu kümmern, um seine Lämmer zu kümmern. In diesem Sinne wünsche ich uns einen Tag voller Begehren, für die Sache Gottes zu leben und sich für sie einzusetzen. Gott segne uns. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!